Hallo. Wer bist du? Ich bin der Neue. Der Neue? Der Neue? Der Neue? Komm jetzt öfter. Der Neue? Komm jetzt öfter. Was ist? Aha. Guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag. Guten Tag, guten Tag. Ja, und guten Tag. Und du wie leckt's? Ja. Was ist leckt? Bei mir leckt's, ja. Bei dir leckt's? Warum leckt's denn das bei dir? Das ist eine gute Frage. Bei mir nicht. Ne, jetzt geht's. Verrückt. Ja, ich habe einen neuen Computer, deshalb habe ich auch meinen alten Charakter nicht mehr. Was macht man eigentlich immer? Absichern. Ja, 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 ja. Ja, was wollten wir eigentlich heute machen? Wir suchen immer noch die Kernfragmente. Ja, die Kernfragmente uns holen. Warte, ich muss erstmal wieder die Samen hier hinlegen. Die Samen, aha. Ja, ich muss erstmal alles besameln. Ja, aha. Besamen mal. Äh, Essen mitnehmen? Ja, so gut. Achso, und Fackeln brauchen wir ganz dringend, ne? Nicht, dass uns wieder unten das Licht ausgeht. Na, 60, äh, 31 Fackeln habe ich jetzt. Ah, gut, ich habe 14. Ja, ich habe hinten bei, ähm, als ich das Tutorial gespielt habe, ganz hinten so eine kleine Kurve gesehen, die sah, also, so ein riesen Erdloch, das sah gar nicht so schlecht aus. Tester? Ne, noch ein Stück weiter. Da ging's schon auf jeden Fall gut bergab. Aha. Vielleicht stürzen wir ja einfach mal nicht ab. Ja, das letzte Mal hatten wir ja hier, der Tod steht uns gut, wa? Ja, ja, allerdings, ja. Ja. Ja, haben uns viele sehr trottelig angestellt. Ja. So. Ja, fängt ja gut an. Es geht gut los. Ach, verrückt. Sprechig, dass er gleich tot ist, aber es war gut. Aha. Eigentlich habe ich mich nur umgebracht, weil die Türen noch offen waren hier, so. Ja, 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 ja. Was sind die Ausreden, ey? Glaubst du mir ja jetzt wieder nicht, ne? Ne. Ne, ich würd's mir auch nicht glauben. Gut, wo bist du denn? In hier unten. Bist du schon im Erdloch? Ja, hier da, wo du gerade gestorben bist. Ja, genau. Da mähnt dich auch. Ach, jetzt hat er halt so ein Monster besiegt, das hat sogar Reiß fallen lassen. Ach so? Hm, seit wann machen die denn sowas? Äh, warte, 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 warte. Der ist lieb. Uh, hallo. Hallo, Monster. Hallo, Monster. Äh, waren wir hier schon? Ja, hier waren wir schon. Ach so, ach ja, 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 ja. Ja, ja. Hier geht's abwärts. Das hier überlebt man noch. Ja? Hm. So, okay. Ach ja, und hier sind wir, glaube ich, immer draufgegangen, ne? Ja, 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 hier ist er. Äh, warte mal, ich tue mir hier eine Fackel entsetzen, zack. Warte. Ach so, hast du, ähm, jetzt hab ich ja noch keine Erde, weil, kein nix. Ach so, warte mal, hier? Äh, ach ne, ach so, so tief ist es auch nicht. Nee, nee, ich vertraue dir jetzt in der Sache nicht. Hier, gucke. Kannst du mich doch springen, nicht? Ach so, ich hab hier sogar schon was hingebaut, siehste? Ich hab hier schon so einen Zwischenboden. Merkst du was? Hm? Ja. Findest du den Fehler? Hm. Äh, ja. Okay. Also ich bin schon ganz gut mit unten. Ja, warte. Ich komm mit daher. Ich bin wieder ein bisschen. Ja. Confus? Hier, kannst du hier rüber springen. Ach. Bist du sicher, ist wieder da? Äh. Lieber Sicherheit, geht vor, ich will nicht nochmal abkratzen, die Plätzen. Warte mal, hier. Hier waren wir schon, da waren wir schon, jetzt hier rum. Hier ist Schluss. Hier haben wir aufgehört. Ja, stimmt ja. Machst du gut. Na dann. Jo, na dann wieder nach unten. Machen wir aber nicht ganz zu tief, oder? Dann... Nee. Gucken. Noch? Was? Was hast du gesagt? Nicht ganz zu tief? Ja. Ja, aber hier ist ja Wasser zum Glück. Und Kohle. Die Kohle könnte man doch eigentlich mitnehmen, oder? Uah, Monster. Ja, du kriegst Überraschung. Ja, ich seh's grad. Das ist eine Überraschung. Und ich auch gleich. Jo, na die Kohle nehmen wir mit. Ja, Kohlebruch. Pling, 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 Pling. Das hört sich an bei dir. Ja. Schön, schön, schön. Ja. Wir haben ja... Haben's ja endlich mal geschafft, war? Hier, äh, Metal Talks, äh... Ja, 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 war eine schwere Bürde, aber... Ja, ja. Ja, das stimmt. Ich war am Ende auch ein bisschen froh, dass das Spiel zu Ende ist, also ich... Ja, ich auch. Ich war einerseits, da war ich richtig froh, äh, es hat mich geleckt und so. Ja, genau, dass das Sphinx funktioniert hat und... Ja. Ja, dass wir dann doch durchfahren, also gerade am Ende, ey, das hat... Also die letzte Folge hat sich ja auch so ewig hingezogen. Guck mal, ich schwitze. Wie du. Ja. Ach, das ist auch neu. Stimmt, das gab's auch noch nicht. Ja, mit Wasser. Ja, das ist ganz... Ach, hier ist auch Eisen, siehst du? Zack. Mach ich aber auch eine Spitzhacke haben. Willst du eine haben? Ja. Hast du noch eine? Nee, ne? Warte. Müsste eine noch da haben. Ah, ich weiß nicht, ob die noch okay ist. Guck mal. Ja. Ich weiß nie, ob... Nee, die ist kurz vor dem kaputt gehen. Also, okay. Die konnte man ja auch nicht ganz machen, ne? Oder? Ich weiß gar nicht. Die konntest du nicht ganz machen, ich glaube. Ist es nicht. Ich probiere das jetzt... Oder das geht mit Kupfer. Aber Kupfer habe ich jetzt gerade keinen Star, das habe ich oben liegen lassen. Nee, ich probiere das ja gerade. Den ganz machen. Hm. So, was haben wir hier schönes drüben? Nee, Ufersteiner. Warte mal, wir lassen uns mal ein Stück nach rechts gehen. Und Licht für die Zuschauer. Huch, siehst du? Ja. Aber nee, ist das alles in Ordnung. Alles safe. Äh, jetzt habe ich mir die Taschenabwehr weggesteckt. Ich depp. Zack. Gold! Oh, gut. Gold! Ich habe Gold gefunden. Och, und Silber. Hier oben ist schön viel Silber. Das ist schon mal gut. Wir können uns ja vielleicht doch mal an der Rüstung craften oder so, ne? Ja. Warum hast du denn da so viele Lampen hin? Ich weiß auch nicht. Ich wollte eigentlich, äh, ernten. Ja, hat super funktioniert. Oh, ist das viel. Boah, das ist ja jede Menge. Oh, das hört gar nicht mehr auf. Soll ich hier meine Lampe hinsetzen? Zack. Ja, danke. Oh. Dein Unterkopf war. Hast du, hast du gehört? Ja. Das geht. Meint geht noch mit? Nee, das war es jetzt auch. Ja, ich habe es auch gerade gehört. Bei dir. Mann, Mann, Mann. Naja, also wirklich lange halten tun sie ja nicht, ne? Aber was wird so machen? Ja, leider. Na, geht's abwärts. Kommst du? Ja, warte mal. Ich nehme mir hier noch die Lampe hier oben mit, weil die brauchen wir ja nicht. Nicht, dass wir uns unten wieder fehlen. Ach, ist ja aufgefallen, wenn man rückwärts läuft, dass er dann nicht ganz so schnell ist. Ja. Habe ich schon mitbekommen. Du brauchst doch schon wieder Lampe hin. Äh, äh. Warte. Ja, wirklich schon. Zack. So, ein Stück nach rechts, oder? Oder? Ach, warte mal. Wir haben auch was Neues gefunden, auf jeden Fall. Oder ich auf jeden Fall. Ich? Ich geh jetzt hier rüber. Hier ist auch wieder was. Oh. So. Ach, Eisen. Ach, ey. Eisen ist nicht neu. Oh, Vorsicht. Äh, warte. Siehst du was? Nee. Jetzt können wir. Ja, weiß. Ach, na toll. Das ist cool. Ach, stimmt. Die haben wir aber noch gar nicht gezeigt, oder? Die Klötze hier? Nee, die hatten wir noch. Die sind auch neu. Nee, die Dinger. Ja, das sind, äh, Kopper, Ohr. Genau. Äh, Smaragde, oder? Ich wüsste nicht. Naja. Steine. Eingewachsene. Kopf. Ah, oh, oh. Ja, irgendwie so ein Herzklumpen halt. Oh, ich bin schon, ich bin fast tot. Äh, hab ich Bandagen? Bitte schön. Bandagen, Bandagen, Bandagen. Ehne hab ich. Ach, sie wieder keine, war? Doch, ehne, 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 ehne hab ich. Schub. Ach, hier ist auch Silber, siehste. Und hier geht's auch weiter tief ab. Ja, so tief ohne. Äh, okay. Ich hab was gesagt. Stehst du dir vor dem Abgrund? Ja, so in der Art, guck mal. Ah, okay. Oh, ne Schlafpalttablette. Mal gucken, was die hat. Was ist denn das? Was nun? Herr Kuba, ich schwebe. Ach, cool. Ist eine neue Fähigkeit auf jeden Fall. Ja. Ballon. Heißt die, cool. Ja, wer ist die jetzt dabei gewesen? Ach, cool, das ist ja schwer. Was war das? Äh, ich hab grad... Oh, scheiße, ich wusste es. Ähm, diese Erzklumpen kann man auch, äh, mit dem Schwert kaputt machen. Achso, cool. Das muss ich wieder zu dir latschen. Das Gemüse ist auch schon wieder fertig. Was ist das? Was ist das Gemüse? Ja, der Katze, aber was mit runter bringen. Ja. Und gleich was Neues sehen. So. Geh ich hier mal einsam durch den Wald. Ohne Bäume. Ich mit meinem Ballon hier, ey. Oh, jetzt hat's gesehen. Alter, das ist ja geil, dass die Fähigkeiten, dass die neue Fähigkeiten reingehauen haben. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, ob unser Weg hier funktioniert. Bis jetzt sieht er ja ganz gut aus. Jo. Viecher, Viecher, Viecher. Und so viele Viecher sind es auch nicht. Ne, jetzt wäre man hier rot. Der größte Viecher bist du. Ja. Der Übervogel. Ja. Gut. Sieht ganz gut aus. Oh, das Ende ist schon ganz schön tief. Das letzte. Ja. Und dann runter? Ja. Der Mann ist ja noch was. Erstmal was. Bei mir ist noch alles safe. Na gut. Ach, komm, da unten ist auch wieder Licht. Naja, im Ende des Tunnels. Das ist schon wieder. Ja, hier, der Sammels nicht mehr. Oh, da ist eine Tablette. Eine Tablette. Vielen Dank, ich hab dich auch. Oder willst du auch noch? Hm, nee, wir können ja ruhig rüber. Wenn du Glück haben, dann will er einen Weg nach unten. Und Eisen haben wir auch. Sehr gut. Ja. Jede Menge. Ja. Also, es läuft nicht schlecht, wa? Ja, es ist... Auf jeden Fall schön viele Ressourcen. Ich überlege, manchmal haben wir uns echt dumm und jeblich gesucht, bis du was gefunden hast. Ja, das stimmt, da hast du recht. Die Tabletten. Ach so, ich kann nochmal das zurückkeilen, so wie hier. Fünf Pixel Blues. Na gut. Bin jetzt egal. So. Schade, dass die Spitzhacken nicht allzu lange halten. Ja, das finde ich nicht, aber einer Seite ist es realistischer. Ja, so ein Kupfer ist auch wahnsinnig weiches Metall, ja. Ja. Das muss ja schnell kaputt gehen. Das ist geil, du kannst voll gut weiten. Oh, wir haben auf jeden Fall das Wasser schon mal angesägt. Gleich. Jetzt so. Ja. Jetzt habe ich es. Wo verhängen wir hier? Ja. Na, das sieht gut aus. Wie ich einfach mal nichts sehe. Ja, aber ich sehe kaum... Also. Zack. So. Warte, warte. Stehst du da? Ja. Wo ist das jetzt? Geil. Wir leuchten. Ah, cool. Hä? Hier, guck mal. Ich kann alles beleuchten. Ah, das ist natürlich günstig. Hier unten. Nein, nicht... Oh, ey. Ach so, der war lieb. Du musst wieder... Ah, ja. Und dann wundert er sich, wenn er tot ist. Ja. Typisch. Du musst immer alles töten, wa? Alles. Ich bin der Overkiller. Ich hoffe, ich saufe jetzt hier nicht ab. Ja, aber das Leuchten ist schön. Kommst du? Jo, gleich. Hast du hier gerade noch ein bisschen Kupfer gesehen? Waaaaat? Pisch. Du musst erst mal Luft holen. Ja. Guck mal kurz. Versuch schon mal ein bisschen weiter runter zu gehen. Ja, ist... Deswegen. Warte mal. Warte. Oh, ich hab bloß noch zwei Balken. Jeder noch? Ich geh mal hoch. Oh, das war knapp. Das Leben wieder auf Messerschneider, ich sag's dir. Ja, ja, ich merk's schon. Wie bei mir hier gerade. Schwupp, 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 schwupp. Jetzt hat irgendjemand was angeknackst. Ja? Das Wasser gerade abläuft. Achso, na, ja, so ein Stückchen läuft halt immer nach. Oh, das ist aber auch tief hier. Ich muss wieder hoch. Warte mal, warte mal, ich lass es hier ablaufen. Ja, genau, das ist eine gute Idee. Ja, erst mal rand kommen. Ich lass mal wieder drauf gehen. Na, na, so viel hilft es aber nicht, ne? Es ist bloß noch eine kleine Blase. Also, soweit reicht es schon ein Wort. Gucke. Ah, ach, jetzt soll ich so mal unten. Bist du bereit? Ja, und. Juhu. Ah, jetzt fühlt sich hier schon wieder alles. Ja. Alles praktisch. Nein. Ach, der ist lieb, ja. Ich hab nichts gemacht. Oh, das ist Sand. Hm, nee. Äh, Sand, Sandstein. Ja, Sandstein. Ja, hier ist was. Ja, wir versuchen hier wieder mal... ...wieder ins... ...kern... Ja, weil die Kerne... ...der Erde zugekommen. Die gibt's auch nur ganz unten. In die Kernfergmente. Wieder mal. Unser Leuchten hört doch gleich auf. Ja, ist... Ja, das schaffen wir noch. Was? Boah. Ja, das sollten wir uns vielleicht holen, wa? Ja. Warte mal, ich sitz, äh... Ah, okay. Ja, das Leuchten ist praktisch, wa? Das ist echt gut, ja. Das könnte man von mir aus den ganzen Tag haben. Ja. Aber wir haben auch schon nicht wenig Kisten gefunden. Ist der schon mal aufgefallen? Wenn ich überlege, in einem alten Starbound, da haben wir, äh... ... alle Furtstag und viele Kisten gehabt mit, äh, mit den Fähigkeiten und so. Richtig. Die hat man relativ zügig gefunden. Komm, sieh mit... Ja. Oh, hier wird's zu... Ähm... Ja, bauen wir lieber was hin. Ah, warte, 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 warte. Oh ja, das ist tief. Ähm... Ja. Ah! Ja. Licht aus. Boah. Okay. Ach, okay. Warte, 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 warte mal, ich muss mal was sehen. Äh, wo willst du hin? Warte, ja, okay. Alter, wa? Das ist schon ganz schön tief, ey. Ja, bis da... Na, das sollte gehen jetzt, oder? Ja. Ja. Das war's. Warte, hier liegt auch noch was. Warte. Zack. Gibt keine Facke mehr, wa? Ach, nee. Alter, hier geht's noch weiter tief runter. Jo. Boah. Na, da müssen wir jetzt wirklich weit am Kern sein, also. So viel kann ja jetzt nicht mehr... Eigentlich schon. Achso, nee, so tief vor, das komisch. Nee, aber da sind vier. Warte mal. Ja, ja. Man macht zwar viel... Oh, da, 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 da. Da drüben leuchtet's, es leuchtet. Perfekt. Achso, das ist aber Lava. Nee. Da war'n wir ja noch nicht hin, äh. Äh, wo Lava ist es auch Kernmattfragmente, eigentlich. Ja, eigentlich schon. Aber die leuchten auch von alleine, glaub' ich, ne? Ja, die... die Kernfragmente, ja. Ähm, da würd' ich doch sagen, versuchen wir einfach mal weiter rechts zu laufen, oder hier oben lang? Hier oben? Warte mal, hier geht's auch eine Tonne lang? Oh, hier geht's auch tiefer. Na, dann spring, komm. Ich trau mich nicht. Spring du doch. Nee. Achso, so. Achso. Äh, dann fübsl, blübs. Oh, boah. Ähm. Wenn wir uns reinlegen in der Lava, oder? Oh Gott. Ah. Ich glaub, du bist tot. Jetzt bin ich tot, scheiße. Und da unten so ein Kernfragmente. Echt? Scheiße, du, ja. Da muss ich da echt runter jetzt? Ja. Ah, ich seh'se. Ab runter, ab runter mit dir. Oh, voll richtig viele, das ist günstig. Ah, toll. Hm. Naja, ich kann dir welche mitbringen. Wie viel brauchten wir 40 oder so, ne? 40 oder so, ja. Und toll, was mach' ich denn im ganzen Zelt? Ja, du kannst ja versuchen mit runterzukommen noch. Ach, weil ich hab' auch nicht allzu viel Fackeln. Die Musik ist aus hier unten. Was? Na. Und so? Ja. Und jetzt hab' ich hier grad so ne kleine Pille geöffnet, da war jetzt ein Seil drin und, äh, so ne Leuchtfackel. Ist auch komisch. Dann ist da jetzt auch alles drinne, momentan. Hm. Ich hab' gerade hier Probleme. Aber jetzt sind's richtig viele. Was? Äh, Kernfragmente. Kernfragmente? Ach. Also, wenn du hier runterkommen solltest, bringen wir ne Spitzhacke mit. Das wär' vielleicht gar nicht so schlecht. Okay, warte. Okay, warte. Urlauber brauchen wir, ja. Ah, das muss ich am Amboss machen, war das so? Hm, ja, genau. Ja. Die Frage ist, ob wir jetzt noch mehr brauchen, Urlauber, dass wir jetzt nur für Schiffreparieren brauchen, ne? Ja, das stimmt. Dann könnte man ja gleich auf Vorrat was mitnehmen. Ah, du hast ja meinen Koffer, oh. Äh, nee, nee, das hab' ich in die Kiste oben gepackt. Warte. Ich würde dir doch nie was wegnehmen. Ah, du weißt mal. Kling, 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 kling. Vielleicht kann ich auch schon ein anderes Spitzhacken bauen. Guck mal. Das ist ja vielleicht günstiger Eisen oder so. Ja, ich gucke. Ja, mache. Bei dich. Cool, ne Gulde könnte ich jetzt bauen. Hm. Oh. Schon jetzt. Ich habe jetzt erstmal genug für mein Schiff. Wie viel habe ich denn jetzt gesammelt? Hast du gehört? 20 habe ich. Ne, sag nochmal. Ich kannte jetzt eine goldene Spitzhacke bauen schon. Hm. Dann machen wir. Wenigstens für hier unten. So, das hole ich mal viel weiter oben. Das sieht gut aus. Oder eine Silberne. Ja, ich weiß nicht. Die Frage ist halt, was länger hält, ne? Ja, das stimmt. Ja, das mache ich, weil ich zwei Silberne könnte ich jetzt so machen. Dann machen wir zwei Silberne, weil Gold ist ja nicht ganz so häufig. Und Silberne haben wir ja gut gesammelt. Können die eigentlich jetzt mal schnell schmelzen. Na, das geht ja jetzt schon zügig hier mit dem Schmelzen. So. Na, Gold. Boah. Das dauert doch schon ganz schön lange hier mit dem Manipulator. Ja, ja, ich bin ja gleich da, Mensch. Mach ruhig. Ich würde dich nie hetzen. Hm. Wer weckt dich? Das wollte ich so nicht sagen. Ja, ja, ja. Ich hätte jetzt durch die Blume gesagt wahrscheinlich. Ja, ja. Siehst du? Oder durch den Kaktus. Hm. Typisch. Das tut mir mal was Gutes. Ja, 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 ja. Kannst du nicht recht machen. Ah, nein. Ja. Ich finde das mit dem Kernfragment eine coole Idee auf jeden Fall. Das fand ich ja beim Formupdate ein bisschen einfach, nur Kohle reinhauen und zum nächsten Planeten zu sammeln. Da hast du schnell viel gesehen zwar, aber der Spaß ist halt doch relativ schnell auf die Strecke mitgeblieben. Äh, da habe ich immer gedacht, äh, was ist denn da jetzt so los? Ja. Ja. Was sagt eigentlich die Aufnahmezeit? Willst du jetzt unbedingt schon wieder aufhören? Ja, das würde ich so nicht sagen wollen, aber die Leute wollen ja morgen auch noch was gucken. Ja. Äh, es ist noch geduldig. Aha. 25. Ach du, da haben wir ja noch Zeit. Äh, du hetzt ja. Ich schätze nicht. Ich wurde hier niemals hetzend. Hm, nein, nein, nein. So, wie viel habe ich denn jetzt? Äh, 63. Ach, schade. Frage ist halt, wie viel mal am Ende bruchen, ne? Also für, für, für andere Sachen. Ich bin auf dem Weg zu euch, äh, zu, ach, schade. Äh, war da unten Wasser noch? Oh Gott, das muss mir nicht sagen. Nee, ich glaube, das Wasser ist überall abgelaufen. Aha, das wird lustig. Oh, ich müsste mich mal heilen. Oh ja, ich sehe es gerade. Ohne Tablet. Was ist denn das? Laden die sich eigentlich wieder auf? Ich weiß gar nicht. Mir war so. Ja, ich habe gerade was bekommen. Hä? Ah, geil. Ja. Das breit ein ab. Äh, beim Springen oder was? Ja, ja, aber wenn du jetzt ganz tief runter springst. Ja? Wo bist du jetzt? Äh, ich bin noch unter dir. Hier sind übelst du viele Tabletten. Okay. Ich bin schräg rechts unter dir. So. Ah, es geht. Vielleicht kommt er ja irgendwann mal. Ja, ich bin gleich da. Platsch, 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 platsch. Aha, also wollte ich ein Stück höher gehe, fängt die Musik wieder an. Ja? Aber hier unten im Kern ist komplett aus. Okay. Verrückte Welt. Oh, jetzt habe ich Gift geschluckt. Ah, weg hier. Ich habe keine Fackeln. Doch, ich könnte die hier oben kann ich doch schon mal mitnehmen. Oh, es leuchtet. Ah, die brauchen wir doch nicht. Scheiß Gift. Nein. Nein. So, guck mal hier. Oh. Wurst es überleben bis runter? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann es jetzt hier nicht sagen. Ich muss aber gucken, ob ich es jetzt machen. Äh, Binden. Ach ja, Binden. Ah, ich kann nur eh eine Binde machen. Du kannst auch was essen, ne? Das ist halt auch. Ah, und hier ist eine Kiste. Oh, der Herr hat eine Kiste gefüllt. Ja, hat er. Oh, und da ist es dunkel. Blips, 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 blips. Und, was haben wir da drin? Bandagen-Sechse. Ah. Ja. Ganz toll, ne? Kannst du jetzt so richtig gebrochen, da. Ja. Liegt ihr noch so schönes rum? Ah. Noch eine Kiste. Reis und Kupfer. Leider, leider gerade. Und mir fallen tot. Äh. Naja, ich habe eigentlich an sich genug. Ähm. Ich würde... Wirklicher. Ich würde jetzt einfach mal das da drin noch mitnehmen. Und dann komme ich nach oben. Jo. Weil dann habe ich, äh... Also ich habe jetzt 77, komme ich wahrscheinlich mit 80 oder so hoch. Oder 90 sogar. Das reicht ja auf jeden Fall. Ist ja geil. Das haben sie ja auch geil gemacht. Ich gerade sehe, bei den, äh, Gemüse und... Hm. Na, hier, bei den Frisialien jetzt hier. Ist doch. Ja. Ähm. Du kannst abernten jederzeit. Äh. Das ist mir auch schon aufgefallen unterwegs, wenn du, ähm, unterwegs und was findest. Kannst du jederzeit mitnehmen. Ja. Wenn du Glück hast, hängt was dran und wenn nicht, dann nicht. Ja. Aber die Stelle sollte man sich auf jeden Fall merken, falls wir nochmal Kernfragmente brauchen. Weil die WK haben wir uns jetzt gebaut. Ja. Eine Knarre könnte ich mir jetzt bauen. Ach stimmt. So eine Knarre könnte ich natürlich auch gebrauchen. Weil ich habe ja bloß später gekriegt. Ach so. Ja, willst du, ähm, warte dann. Warte dann, muss ich mal schnell. Immer lieb und nett. Weil jede Rasse hat ja, äh, eine andere Waffenart. Ja, ja. Ähm. So, knade. Da würde ich dir eigentlich noch den bauen. Und... so noch ein paar und dann haben wir es gucken wie die ist genau was geht schneller hochlaufen oder mich umbringen das ist deine entscheidung ach ich bring mich um das geht glaube ich noch schneller aber weißt du wie viel noch hier rumliegt krass machen wir wissen einfach nur bis darunter laufen so bis auf dem schiff nein ich bin unten du bist unten hallo wo hast du wie ne knabber selber gerade gekraftet ah ok und aber die macht dauert ne weile bis sie schießt aber damage macht sie macht sie gut ja ok so ich wirf dir jetzt erstmal zack ja cool also genau 100 waren das jetzt am ende ah 54 schaden ist doch noch nicht so schlecht so ach so hier hier ich lege dir was auf den tisch ah geil da ne schwitzhacke die mach ich auf platz 3 erstmal wieder die waffen sortieren ist doch fürchterlich naja ich mach grad auch so das kommt da hin und du mein Wittar siehts wieder aus und ich muss hier dringend aufräumen so taschenlampe bandagen brauchen wir auf jeden fall ja und dann könnte man ja eigentlich in der nächsten folge äh äh ja ja damit die leute gespannt werden machen wir es nicht jetzt ja na gut ja ich wills äh so ein stück dach das dach haben wir fertig gehabt na dann ja dann sagen wir einfach mal bis zur nächsten Folge ja bis zum nächsten Mal und tschüss tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal